Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute ist ein besonders schöner Tag. Wir sind auf dem Hof Struckmeier hier in Voren in Warendorf und haben die Erntekrone übergeben bekommen. Die hier von allen, die hier auf dem Hof mitgeholfen haben, wunderschön fürs Kreishaus fertiggestellt worden ist. Es hat eine gute Tradition, eine Erntekrone ins Kreishaus zu hängen, ist sie doch ein Symbol für die gute Zusammenarbeit und die Verbundenheit mit der Natur. Es macht uns auch immer deutlich, wie abhängig wir vom Wetter, von der Natur und der Ernte sind. Die Ernte fällt dieses Jahr gemischt aus. Das Wetter ist sicherlich besser gewesen als in den sehr trockenen vergangenen zwei Jahren. Trotzdem ist es natürlich nicht überall gleich im Kreis gewesen. Also ein Jahr mit gemischten Gefühlen in der Landwirtschaft, trotzdem ein schöner Tag für die gute Verbindung von Landwirtschaft und Kreishaus. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020